Musik Heute hat jeder ein Geheimnis. Mama Bär packt etwas ein, das Papa Bär nicht sehen darf. Papa Bär verpackt etwas, das Bibi und Bär nicht sehen dürfen. Bibi und Bär wickeln etwas in Papier, das Mama und Papa nicht sehen dürfen. Nun sind lauter kleine Weihnachtsgeheimnisse in der Bärenhöhle versteckt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017